Ja Leute, jetzt fährt der Zug hier ab, weil ihr oben seht ihr schon, zwei Lichter sind hier auf grün und jetzt fahren hier, dieser Zug fährt jetzt ab, der Talent steht noch immer hier, jetzt fährt der Zug erstmal rüber, ich dachte der wartet auf einen oder vielleicht kommt da einer noch entgegen, Rail Cargo Austria also. Jetzt fährt er rüber nach Slowenien Leute, und hier drüben kommt gleich die Lok Leute, jetzt ist Leute wieder rot Leute. Na Leute, wann kommt die Lok jetzt hier draußen? Ja Leute, jetzt kommt die Lok, ja Leute, jetzt ist er gleich weg Leute. Und ja Leute, weg ist er, jetzt filme ich noch, wie er wegfährt Leute, und dann wird auch gleich der Talent abfahren, ich glaube nicht, dass er jetzt, ja in zwei Minuten fährt der Talent ab Leute, den werde ich dann auch nochmal filmen, vielleicht kommt dann auch später noch einer her Leute, kann natürlich sein Leute. Leute, wie viel der Güterzug ist das, der erste, zweite, dritte, vierte sogar, schon der vierte Leute. Ich seht hier draußen, wie er hier noch wegfährt. Nach Veltkirchen fährt er, ja er fährt noch nicht gleich, aber in zwei Minuten Leute, dann gehe ich auch ganz schnell runter hier, vom Bahnsteig. Also, ja Leute, dann bis gleich, wenn der Talent abfährt.